hallo ihr lieben herzlich willkommen bei uns zu hause im haus mit dem rosensofa ich darf euch heute diese zauberhafte tasche zeigen das ist die avelana von shambhala bex eine wie ich finde wunderschöne tasche die wird mit einer korde geschlossen und hat ein henkel zum umhängen ihr könnt natürlich da noch eine leiter schneller anbauen und könnt ihr das verschieben also die länge variieren und wenn ihr schon mal taschen genäht habt dann könnt ihr da natürlich auch einen kleinen rucksack draus machen das möchte ich nämlich das nächste mal machen wenn man die tasche öffnet kann man es ja auch machen und hat ein sehr großes sehr geräumiges innenfach mit einem reißverschlussfach und hier draußen habt ihr auch noch ein reißverschlussfach mir hat das nähen sehr viel spaß gemacht und ich hoffe das geht euch genauso dies sind meine vorbereiteten teile ihr könnt sehen dieses ein sehr dünner stoff hier liegt jetzt etwas blaues darunter das scheint durch hier liegt das schnittmuster darunter kann man auch sehen also das werde ich auf jeden fall nachher weiß verstärken und zwar beide teile damit es dann auch gleich aussieht alles andere ist zugeschnitten die fließe sind noch nicht aufgebracht dieses stück habe ich mal als taschenschlaufe bestellt ich weiß leider nicht mehr wo und es ist schon eine weile her wenn ihr sowas nicht habt oder finden könnt dann könnt ihr auch ein d ring nehmen oder eine leiterschnalle oder ähnliches um nachher den taschengurt zu befestigen dann habe ich hier die zipper für den reißverschluss da weiß ich noch nicht ob mir die nicht fast ein bisschen zu groß sind ich finde die halt so schön aber die tasche an sich ist ja eher kleiner und von daher muss ich mal gucken ob ich da nicht doch einen schmaleren nehmen das hier ist meine paspel die habe ich doppelt so breit zugeschnitten wie sie sein soll bzw ich habe sie etwas breiter zugeschnitten drei zentimeter habe da mein band reingelegt und dann mit einem reißverschluss füßchen nadel nach links gestellt abgenäht dann liegt hier meine kordel die ist vierfach so breit zugeschnitten wie sie jetzt sein soll dreieinhalb zentimeter dann werden die beiden seiten zur mitte gefaltet das ganze wird zusammen geklappt und auf der offenen kante abgenäht und das gut band wird eigentlich genauso gearbeitet also firma so breit zu schneiden die beiden seiten zur mitte falten und dann zusammen klappen und beidseitig abnähen nun musste ich mein band aber verlängern weil ich mich wieder falsch zugeschnitten habe da denke ich am anfang immer nicht dran wenn ihr das nicht macht könnt jetzt einfach so arbeiten nun habe ich es aber verlängert und dadurch habe ich hier eine verhältnismäßig dicke stelle dies hier und damit ich das nachher trotzdem zusammennähen kann habe ich das anders gearbeitet ich habe die beiden seiten zur mitte gefaltet habe das rechts und links knappkantig abgenäht und dann mit einem zick zack stich die mitten fixiert mit dem vorderen teil der tasche geht es los und zwar mit dem reißverschluss ich habe mein zipper aufgezogen ich nehme jetzt doch den großen und hier erst hier wenn die tasche zu ist jetzt habe ich hier meine reißverschlussenden und was ich auch gemacht habe ich habe alle stoffe tatsächlich mit einem weißen dickeren vlies verstärkt einfach damit man da damit das eben weiß aussieht die reißverschlussenden werden gefaltet links auf links und mit der offenen kante auf das ende des reißverschlusses gelegt ein bisschen fest klammern und jeweils knappkantig kurz vor der faltung abnähen bei etwa 0,3 millimeter nach dem nähen werden die wird der unteren stoff und der reißverschluss eingekürzt und zwar möglichst so dass ihr mehr als sechs millimeter platz habt zum rand das habe ich jetzt hier eindeutig das mache ich auf beiden seiten und damit habe ich nachher den reißverschluss nicht mehr in der nahtzugabe vorderes hauptteil unten und unser reißverschluss der reißverschluss oder rechts auf rechts auf das untere teil gelegt ihr könnt es mit einem doppelseitigen klebeband machen ich klammer das jetzt nur darauf kommt mit der rechten seite nach unten das innenteil und was ich hier gemacht habe ich habe mir die nahtzugabe von 0,6 zentimeter eingezeichnet klammer das jetzt zusammen und zusammennähen am anfang und am ende verriegeln die stoffe vom reißverschluss wegfalten den reißverschluss dabei nach oben klappen wenn ihr mögt könnt ihr da einmal drüber bügeln ansonsten wird das hier knappkantig einmal abgesteppt mit dem oberen teil geht es weiter rechts auf rechts anlegen die kanten sollten aufeinander liegen ihr könnt es wieder festkleben ich klammer das gleich dann umdrehen und das vordere fach innen mit der linken seite mit festklammern und zusammennähen aber wieder verriegeln das obere außenteil nach oben klappen und knappkantig festnähen das teil auf der rückseite bleibt nach unten gefaltet oder wird nach unten gefaltet und innerhalb der nahtzugabe hier festgenäht so sieht das fertig aus vorderseite und rückseite ich lege die stücke das vorderteil und das rückwärtige teil einmal aufeinander und gucke ob die gleich groß sind das sind sie dann kann ich jetzt beruhigt weitermachen als nächstes wird der magnetknopf eingebaut der weibliche teil ich habe mir die markierung vom schnittmuster übernommen und habe das stück mit einem stück filz verklebt bzw verstärkt jetzt lege ich mir die scheibe hier auf mache mir markierung für die schlitze schneide das auf und bau den knopf dann an so sieht das bei mir aus jetzt werden die stücke verstärkt für die klappen habe ich flieselina h 250 genommen dies ist ein dickeres fließ für das bodenteil das habe ich auch für das vordere und hintere außenteil genommen und das sind die seitenteile da habe ich ein dünneres volumen fließ gewählt das geht wunderbar ich hatte das auf 160 grad eingestellt 8 sekunden das kunstleder ist nicht geschmolzen kunstleder mag ja hitze nicht immer so der rand welt sich etwas nach oben wie ihr oben sehen könnt aber das ist ja nicht weiter schlimm und hier habe ich gedacht ob das so geht mit dem reißverschlusszipper und dem magnetknopf und da aber eine weiche matte also eine verhältnismäßig weiche matte unter dem stoff liegt bei der presse ging das trotzdem wunderbar jetzt wird die klappe genäht auf dem innenstoff wird das männliche teil von dem magnetknopf angebracht auf dem außenstoff wenn ihr mögt ein label die stücke dann rechts auf rechts zusammenlegen ein bisschen klammern und rundherum mit einer nahtzuggabe von 6 mm zusammennähen der ein oder andere hatte sich vielleicht gedacht das war falsch wir legen die teile ich habe es dann gemerkt als ich schon bis hier genäht hatte links auf links zusammen natürlich ein bisschen festklammern und dann aber drumrum festnähen so den nächsten schritt finde ich persönlich jetzt sehr spannend weil nämlich die nahtzugabe um die hälfte eingekürzt wird also auf etwa 0,3 mm und dann ist die klappe auch fertig das heißt man sieht das wie ihr das schneidet ja nee das war jetzt gar nicht so schwierig wie ich dachte also es geht tatsächlich gut ich habe die nahtzugabe etwas weiter zurück geschnitten und dadurch habe ich das glaube ich gut regelmäßig gemacht jetzt kommt das hintere außenteil dazu ich habe hier die markierung für die klappe nach hinten umgeklappt und kann jetzt meine klappe einfach auflegen die soll natürlich mittig aufliegen das passt hier aber ganz gut weil die hier am rand mit dem stück abschließt dann wird die klappe fest genäht mit einer nahtzugabe von 3 mm jetzt eine markierung 1 cm vom ende des klappenstoffes entfernt einzeichnen und darauf kommt die verstärkung der klappe mittig am besten tatsächlich jetzt kleben stecken ist schwierig klammern ist auch schwierig außer ihr habt große klammern und dann rundherum festnähen die fäden am anfang und am ende etwas länger lassen damit ihr sie nach dem nähen auf die rückseite ziehen könnt und dort verknoten könnt und wenn man das jetzt probeweise schon mal zusammenlegt dann sieht das richtig toll aus das ist die rückwärtige ansicht und wenn ihr mögt könnt ihr hier noch jeweils eine nieder einsetzen dann geht es mit den seitenteilen und der gurtband aufhängung weiter das sind bei mir eben die taschen schlaufen die bringe ich jeweils mit zwei schrauben an der markierten an dem markierten platz an so sieht das bei mir aus wird einfach fest gedreht ich habe das wieder verstärkt mit einem stück filz als nächstes wenn ihr das möchtet bringt ihr auch eure paspel an da sind die der anfang und das ende sind markiert auf dem schnittmuster dazwischen soll die paspel festgenäht werden ich mache es mir immer leicht indem ich von der naht bis zum rand das habe ich am anfang erzählt die nahtzugabe also ich schneide das bis auf die nahtzugabe zurück sodass ich jetzt bis zu dieser naht diese sechs millimeter habe die die nahtzugabe ausmachen die paspel wird schon mal festgenäht auf der naht die wir vorhin gemacht haben als wir die paspel genäht haben und am besten geht das wieder mit einem reißverschlussfüßchen damit haben wir schon alle teile für unsere außentasche zusammen und die setzen wir jetzt zusammen vorderes außenteil und boden rechts auf rechts aufeinander falten ein bisschen stecken oder klammern und hier zusammennähen die nahtzugabe beträgt hier einen zentimeter am anfang und am ende verriegeln die stoffe auseinander klappen dabei liegt die nahtzugabe richtung bodenteil und knappkantig abnähen bei etwa drei millimeter und das andere stück das rückseitige teil wird genauso angenäht jetzt werden die seitenteile angebracht dazu erstmal die mitten zusammenstecken das habe ich mir hier mit einem knips markiert und hier auch rechts auf rechts und mit der mitte wird eben auch angefangen also hier anfangen zu klammern oder zu stecken dann die oberen knips kanten zusammenklammern und dann den rest und hier müsst ihr natürlich darauf achten dass ihr die klappe da nicht aus versehen mit rein bekommt so sieht das bei mir aus ihr seht es passt ganz genau ich habe hier die klappe etwas zur seite geklammert damit ich die nicht mit einfach ich könnte das jetzt aber schon wieder los machen weil da kann jetzt nichts mehr passieren und ich nähe das ganze jetzt von dem seitenteil aus weil ich unbedingt nach natürlich auf der naht meiner paspel nähen möchte damit ich die auch wirklich gut am rand nachher habe und damit die gut eingefasst ist fangt hier an zu nähen am anfang und am ende verriegeln und dann hier hoch ich habe jetzt gerade überlegt ob ich den reißverschluss fuß nehmen aber ich glaube ich kann das auch mit dem normalen fuß ganz gut nähen am besten jetzt gleich mal gucken ob die paspel auch wirklich gut eingenehm ist ansonsten kann man da jetzt natürlich noch mal von innen wunderbar drüber nähen das sieht bei mir aber gut aus und ich finde das tatsächlich total schön weiß nicht wie es euch geht ich mag ich mag die form ich mag tatsächlich die farben ich mag paspel arbeiten also grandios das andere seitenteil wird auf dieser seite ganz genauso angenäht so sieht das fertige außenteil jetzt aus ja mir gefällt das sehr sehr gut es ist immer gleich schicker mit so einer paspel habe ich ja eben schon gesagt ich mag paspeln und ja das können wir erstmal zur seite legen es geht mit dem mit der inneneinteilung weiter mit einer reißverschlusstasche das ist mein hinteres hauptteil und zwar liegt die linke seite oben ich habe hier das ein fließ ausgeschnitten das die größe hat von der reißverschluss versäuberung und außerdem habe ich das noch mal aus meinem innen drauf ausgeschnitten jetzt drehe ich das um rechte seite liegt oben und ich lege dieses stück rechts auf rechts auf dieses stück vier zentimeter von der oberen kante entfernt also ich habe jetzt dieses stück gemessen hier kann ich halt fühlen wo das fließ ist zeichne mir dann den schlitz für den reißverschluss hier ein einmal möglichst genau auf den eingezeichneten linien drumherum nähen dann wird das aufgeschnitten wie das auf dem schnittmuster zu sehen ist einmal in der mitte am besten faltet man das dazu das kann man hier gut sehen macht einen kleinen schnitt und schneidet dann also faltet es wieder auseinander schneidet dann bis kurz vors ende und dann bis in die ecken dabei die naht aber nicht verletzen die reißverschluss versäuberung beziehungsweise den stoff nach hinten durch ziehen und bügeln möglichst so dass die naht in der mitte ist das ist mir hier nicht ganz hundertprozentig gelungen aber ich nehme das jetzt zu jetzt geht es mit der reißverschlusstasche weiter oben und unten also es liegt ja eigentlich so rum oben und unten bringt ihr jeweils ein doppelseitiges klebeband an an der unteren kante und das hier ist die rechte seite vom stoff also die schöne seite guckt euch an an der unteren kante wird der träger streifen abgezogen dann kommt der reißverschluss dazu der ist geschlossen und der sipper liegt wenn er geschlossen ist links und den klebt ihr jetzt mittig an die untere kante von eurem taschenstoff ich habe hier schon die nächsten streifen aufgeklebt die werden auch beide abgezogen und darauf kommt unser vorbereitetes futter teil und genäht wird jetzt nur die untere kante also das ziehe ich jetzt ein stück weiter rein ich fange hier an zu nähen hier einmal rüber höre hier auf am anfang und am ende lasse ich die faden etwas länger die fäden sie den oberfahrten nach hinten durch und verknotet das so sieht das jetzt bei mir aus dies ist die innenseite jetzt müsst ihr gucken dass sie den reißverschluss sipper so liegt dass er wirklich in der mitte des reißverschlusses liegt dann wird das umgedreht das taschenteil wird nach unten gezogen und das ist der grund warum wir das so umständlich machen man sieht nachher von außen nur also man sieht von außen nachher keine naht wenn man in das reißverschluss fach guckt ich weiß jetzt nicht ob ihr das oft macht ich mache das eher selten aber natürlich ist es so professioneller gemacht dann wird der untere streifen der trägerfolie abgezogen von dem klebestreifen das ganze wird nach oben geklappt und zwar bis zur kante von unserem reiß von der reißverschluss verstärkung also es landet etwas oberhalb des reißverschlusses ich hätte das ganze vorhin etwas weiter links anbringen können könnt ihr sehen ist jetzt so da das fach aber sowieso nur bis hier aufgeht passt das alles jetzt dreht das ganze wieder um und näht die drei offenen kanten fest hier anfangen wieder ordentlich ein stück faden stehen lassen dann hier hochnähen hier rüber hier wieder runter und die fäden wieder auf der rückseite verknoten die enden vom reißverschluss könnt ihr abschneiden und zwar so dass ihr hier guten zentimeter platz habt auf euren futterstoff von der tasche damit der reißverschluss nachher nicht in der nahtzugabe liegt und jetzt werden die beiden seiten hier noch knappkantig abgenäht damit sind unsere futterteile auch fertig oder komplett und wir setzen die genauso zusammen wie vorhin die außentasche lassen dabei aber irgendwo eine wendeöffnung im ebook ist empfohlen die naht hier oben mit 0,6 cm anzufangen und dann etwas breiter zu werden damit das innenteil gut ins außenteil passt ich bin dann einfach auf füßchen breit gegangen also es ist knapp über einen millimeter mehr jetzt werden die teile zusammengefügt achtet darauf dass die tasche außer ihr möchtet sie vorne haben auf der rückseite liegt also unten bei mir und dann wird die außentasche in die innen tasche gesteckt erst mal suchen wir die vier nähte stecken die zusammen und dann den rest so sieht das bei mir aus ihr könnt sehen das passt perfekt wenn man die nahtzugaben einhält dann kann da eigentlich auch überhaupt nichts passieren ich habe die nadeln gesteckt und zwar möglichst so dass sie wirklich nur in der nahtzugabe stecken damit das kunstleder da keine schäden löcher hat hier unten wird man ein kleines loch sehen wenn man dann genau hinguckt jetzt wird das ganze zusammengenäht und zwar einmal ganz drum die nahtzugabe bei dieser naht beträgt einen zentimeter ich benutze hier übrigens die stecknadeln weil ich das mit klammern schon öfter gehabt habe dass sich die stoffe dann verschieben beim nähen und das finde ich echt ärgerlich und was ich eben nicht erzählt habe euch aber eingeblendet habe die klappe liegt zwischen den stoffen und darf natürlich hier oben nicht raus gucken oder mit eingenäht werden jetzt wenden ich habe den oberen rand gut ausgearbeitet das würde ich so lange machen solange die wendeöffnung noch auf ist weil man noch mal reingreifen kann und kann diese rundung da schön raus drücken und den randen die ich jetzt auch erst mal ab bevor ich die wendeöffnung schließt das könnt ihr natürlich anders machen hier habe ich noch gar nicht gesteckt die klappe muss dabei wieder weg gefaltet sein und dann nehmen wir wieder einmal ganz drumrum bei etwa drei bis fünf millimetern abstand zur kante ich nähe von außen habe mir ein teflon füßchen eingebaut und die stichlänge auf 3,0 hoch gestellt und ich hoffe dass die maschine gut transportiert weil innen drin ja baumwollwebwache ist die wendeöffnung schließen ich mache das knappkantig mit der nähmaschine als nächstes werden die ösen eingesetzt da ich die aber nicht eingezeichnet habe bevor ich das zusammengenäht habe habe ich jetzt die nahtzugabe jeweils abgeschnitten in einem zentimeter nehme jetzt mein schnittmuster leg es auf und zeichne mir die ösen ein und bringe sie dann an ok das habe ich jetzt das erste mal gemacht ösen sind ja nicht so meine lieblings beschäftigung also das einsetzen von ösen natürlich ich habe jetzt das an einem stück probiert so sieht es aus und traue mich jetzt an meine tasche ja damit war ich jetzt eine weile beschäftigt hat aber wunderbar geklappt ich weiß gar nicht warum ich immer so eine angst vor ösen habe also geht keine angst vor ösen klappt jetzt wird die kordel eingezogen ich habe hier am ende so kordel stopper angebracht die zu breit sind um sie da durchzustecken das war clever also biege ich das noch ein stück rein dieser müsste vielleicht gehen der ist noch schlimmer ok also vielleicht hinterher anbringen ansonsten mache ich jetzt da ich versuche das noch mal anders hin zu biegen ich habe die enden jetzt nach hinten zusammengedrückt finde ich gar nicht so schlecht hat auf jeden fall nicht jeder so jetzt kann ich meine kordel hoffentlich das sind meine beiden teile für den kordel stopper hier ist es ausgeschnitten man sollte es jetzt zusammen kleben und dann das untere teil ausschneiden ich möchte die aber gerne zusammen nähen und klammer das jetzt zusammen hier einmal drum rum und schneide das untere stück dann zurecht so sieht mein fertiges stück aus jetzt fehlen nur noch weniger handgriffe dieses stück für die kordeln wird zur hälfte gefaltet und dann baut ihr da eine niete ein und dann kann man die kordeln dadurch ziehen ich habe so kleine nieten weil die nicht so lang sind die werde ich hier einbauen und ich fange erst mal mit einem kleineren loch an bitte das hält jetzt noch nicht wirklich gut beziehungsweise seht ihr dass ich kann das hier quasi rausziehen ich werde da in der mitte noch mal ein stück filz anbringen so ein ganz kleines stück dass man das nicht sieht wenn das zusammengefaltet ist und bringe die noch mal an so sieht es jetzt aus und so gefällt mir das ganz gut wenn man von der seite guckt sieht man dass da ein stück filz dazwischen ist aber ja warum sollte man da von der seite drauf gucken da kann ich jetzt mein gurtband durchziehen beziehungsweise meine korde ja das macht schon ordentlich was her ich hatte gerade besuch und die haben ja in den raum geguckt und sagten alle was für eine schöne tasche das passiert selten so also ich nähe nun wirklich eine menge taschen und dass die auf anhiebe allen gut ankommt auch bei meinen kindern die ja nicht so blau also blau nicht so gerne mögen auch die finden die schön ich auch so das gurtband ende bekommt eine kappe das kann man mit der hand zu drücken so sieht das aus und auch da wird jetzt eine niete angebracht und das wird am anderen ende natürlich genauso gemacht so sieht das bei mir fertig aus das ist die innenseite das ist die außenseite jetzt wird das gurtband nur noch eingehängt und diese wunderschöne tasche ist fertig damit ist meine avelana fertig ich bin gespannt ob sie euch auch so gut gefällt wie uns schreibt mir das doch gerne in die kommentare ich bedanke mich fürs zuschauen wenn ihr mich unterstützen möchtet freue ich mich wenn ihr mir einen daumen nach oben da lasst oder meinen kanal abonniert bis zum nächsten mal